Woher kommen Sie? Ich komme aus Berghausen, das ist in der Nähe von Bad Berleburg. Haben Sie denn schon mal was von der Route 57 gehört? Ja, mein Arbeitskollege, der Herr Bernd, macht da Reklame mit in der Firma und so weiter. Und ich habe das Schild auch am Auto. Wie finden Sie denn die Verkehrsverbindung nach Wittgenstein? Ja, eigentlich schlecht, weil ich brauche, egal wo ich hinfahre, immer eine Stunde bis zur Autowahn. Und ich fahre sehr viel. Was halten Sie denn dann von der Route 57? Die ist super, wenn die dann mal zustande kommt, aber es dauert eigentlich viel zu lange. Vielen Dank. Bitteschön. Gern geschehen.